Viele neue Sachen, Mautzicht auch in der Haus, Mautzicht, ich habe hier gestern schon Steine weggemacht, aber hier habe ich vergessen, das ist ja so typisch. Alexa, schalte Wohnzimmerlicht an. Dein Ernst jetzt? Warum nicht? Das ist so hell. Nach Hause fahren, weil dir dein Fuß wehtut? Ist klar. Hier, Eurokebab. Wisst ihr, was er heute Abend zum Abendbrot bekommt? Döner. Döner macht schöner. Döner. Obwohl Papa hätte nichts gegen Döner einzuwenden, oder? Natürlich nicht. Guck mal nach, ob Öffnungszeiten dran stehen. Gesundheit. 44 Stunden. Steht hier irgendwo was dran, Kinder? Nö. Oh, lass mich jetzt warm. Papa und ich haben heute beide eine Bauchtasche. Mama, ich habe auch eine Bauchtasche. Hier runter, Malin. Mama, hol dir ein Handy raus. Du passt hier perfekt rein, du bist so ein Psychopathen-Tüppchen. Mama, kannst du auch bitte bei ihm bleiben? Mama! Mama! Morgen freue ich mich schon, den Kindern so richtige Berge zeigen zu können, weil wir werden nämlich in die Schweiz fahren zu den Interlaken. Oder wie man das auch immer ausspricht. Liebe Schweizer, bitte köpft mich nicht. Oh, Papa, ich hab's gewonnen! Interlake? Ach, keine Ahnung, irgendwie sowas. Tschüss und bis morgen. Seid gespannt. Ich hab's gewonnen. Mautzi! Mautzi! Wollen wir den Sandalen anziehen? Durch! Ja komm, du kommst durch. Ich lasse. So. Fisch! Fisch! Fisch, dich in Kassi. Fisch, dich wich ist. Eigentlich wachungs- Was ist dir ungefähr das? Fisch, dich an den Kassi. Lass miche, dich an die Kassi. Schalli! Eine verrückte Kasse! Schalli! 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 Schalli!